Sooo, wenn ihr das hier seht, seid ihr auf dem Kanal von Hi-Blub-Blub. Ich bin Entertainment Twill Fingers. Sooo, Entertainment, das gelbe Duckface mit dem extraorbitanten Punchlines war zu Gast bei mir im Interview. Das Interview seht ihr morgen um 18 Uhr hier auf meinem Kanal. Heute gebe ich euch exklusiv Entes Antwort auf die Frage, ob er an der JMC 2 in diesem Jahr teilnehmen wird. Es gibt eine schlechte Nachricht und eine sehr gute Nachricht, aber lassen wir das Entertainment mal selbst verkünden. Unter welchen Umständen würdest du in der JMC 2 teilnehmen? Eine Million Preisgeld. Nee, ich glaube unter gar keinen, da müsste schon die fucking Welt untergehen. Obwohl, das würde mir eigentlich sehr gelegen kommen. Weltuntergang könnte ich gerade ganz gut gebrauchen. Ja, nee, JMC definitiv nicht. No, no, no. Wenn eventuell nochmal, irgendwann in 10.000 Jahren vielleicht nochmal JBB, JBB 2197 oder so. Aber JMC, dafür sind die fucking Solo-Songs einfach zu holy, um die für irgendwelche Plattformen rauszudonnern. So, da quer es für vollständig immer folgenden Satzanfang. Teufel sei Dank, bin ich... Durch das anstehende JMC, kurz davor, eventuell noch eine Todesliste zu schreiben. Ja, schauen wir mal. Ja, aber ich werde mir das vielleicht mal reinziehen. Gucken, wer da so rumhampelt. Und wenn die Axt wieder Blut braucht, dann wird da leider keinen Weg drum herum führen, meine Freunde. Und dann wird wieder gekehrt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, mal wieder einen richtig schönen Metal-Song zu machen. Auf dem Mantel sind natürlich auch ein paar richtige... So ein Dinger dabei. Aber persönliches Beleidigen macht natürlich auch Spaß. Und schauen wir mal. Gucken wir mal. Aufpassen, Jungs. Sehr highlight-mäßige Nachrichten von Entertainment. Der Morgen um 18 Uhr ins Interview hier auf meinen Kanal kommt. Das Interview geht fast 20 Minuten. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß damit. Oben rechts diesen Kanal abonnieren, damit ihr das Interview morgen nicht verpasst. Danke euch. Danke euch.